Servus, ich bin's wieder, der Max von der Bike und ich treffe mich gleich mit Manuel Fumic, der deutschen Cross Country Ikone, um mir gemeinsam mit ihm das brandneue Cannondale Scalpel anzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall schon total das neue Bike zu fahren und ihr könnt gespannt sein, was euch der Manuel gleich zu seinem neuen Race Fully zu sagen hat. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Manuel Fumic vom Cannondale Factory Racing Team und ich bin heute hier mit dem Bike Magazin und ich darf euch unser neues Cannondale Scalpel vorstellen, ein alter Klassiker, neu auferlegt. Wenn ihr ein Fahrrad aussuchen würdet, das in eurer Garage steht und für jeden Einsatzzweck dasteht, ist es natürlich oder höchstwahrscheinlich dieses Scalpel. Das Rad gibt es in zwei Versionen, einmal in der 100mm Version als Cross Country Pfeile und als 120mm und es heißt dann Cannondale Scalpel SE. Ein paar Features zu dem Rad, neuartiger Hinterbau, patentierter Flex Pivot Hinterbau hier an dem Rad, Lefty Ocho, Shimano Anbauteile, Envy Anbauteile. Sieht wahnsinnig schick aus, das Fahrrad, ein absoluter Trumpf in jedem Bike Quartett. Alle Infos dazu gibt es natürlich beim Bike Magazin, im Magazin selber, in der 7er Ausgabe, aber auch online. Schaut rein, guckt es euch an und habt Spaß. Bis bald!